Da schwammen wir hin und sind dann auf diese Main-Schiffchen, Main-Schiffe, draufgeklettert. Und mit diesen Schiffen sind wir von der Naturheilinsel bis nach Randersacker gefahren. Dann sind wir wieder in den Main gesprungen und die drei oder vier Kilometer wieder zurück zur Naturheilinsel geschwungen. Nürnberg-Haushofer-Favorit. Die Kickers waren im Tabellenkeller und gewinnen dieses Spiel sensationell 3 zu 0. Da erinnert man sich heute noch gern daran, wie wir damals in den Klub geschlagen haben. Das Käppele ist Kleinod von Franken. Also ohne Käppele wird es nur halb so viel wert. Hochwasser war immer interessant, so schlimm es für die Leute in der Kamelitenstraße oder in der Domstraße gewesen ist. Für uns war das einfach Abenteuer. Da mussten wir hin, da mussten wir dabei sein. Die war wunderschön, die Landesgartenschau. Und wenn ich noch jünger wäre, würde ich mich 2018 wieder melden und mitmachen.